Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen in diesem neuen Video. Aber das Schlimme ist, ich sehe mich hier gerade in dem Bildschirm neben, Leute. Und ich schwöre euch, ich fühle mich nicht so blass, wie ich jetzt gerade rüberkomme. Und jetzt frage ich mich, ob dieses Oberteil mich mega krass blass macht. Aber so, also ich bin schon blass, ne? Aber das da, was ich da gerade sehe in der Kamera, ist schon next level. Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen. Die Leute von euch, die mir auf Insta folgen, die wissen vielleicht, dass mein Lieblingsproteinpulver leer ist und dass ich mir jetzt ein neues holen musste. Normale Menschen würden sich dann einfach so ihr Lieblingsproteinpulver nochmal kaufen. Ich persönlich, ich bin dann zu neugierig. Ich denke mir so, okay, ich habe jetzt fast ein Kilo davon aufgebraucht. Ich brauche irgendwie was Neues. Ich habe mich also so ein bisschen schlau gemacht, gefühlt quer durchs Internet und habe mir mal so ein paar neue Proteinpulverchen angeschaut. More Nutrition, Foodspring und so, das kennt man ja jetzt schon. Aber dann bin ich über eine Marke gestolpert, Leute. Darüber habe ich noch nichts gehört, aber sie hat mich so gecatcht. Die Marke, über die wir sprechen, ist Alpenpower, Leute. Und an dieser Marke catchen mich direkt mehrere Sachen. Ich glaube, das Auffälligste, was ihr jetzt schon an diesem Produkt erkennt, ist Lebkuchengeschmack. Lebkuchengeschmack, Eiweißpulver mit Lebkuchengeschmack. Ich möchte nochmal kurz auf diesen Geschmackspunkt eingehen, Leute. Ich kenne die Marke nicht und deswegen dachte ich mir, hey, ich möchte mir auf jeden Fall eine kleine Packung kaufen. Aber es gab noch einen Geschmack, der hat mich so gecatcht. Ich hatte den so gern probiert, aber ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen Angst. Nachher riskiere ich, dass ich mir direkt ein Kilo von einem Eiweißpulver kaufe, was dann im Endeffekt vielleicht mega eklig ist. Deswegen dachte ich mir, ich werde diese Marke auf jeden Fall ausprobieren, aber vielleicht erstmal in einer anderen Geschmacksrichtung. Aber ursprünglich, liebe Leute, bin ich auf diese Marke gestoßen, weil die einfach Apfelstrudel hatten als Geschmack. Apfelstrudel! Soviel zum Thema Geschmack, liebe Leute. Ich fand auch tatsächlich... Sorry, Leute, die Kamera ist gerade ausgegangen. Wir waren beim Geschmack stehen geblieben. Abgesehen jetzt von Lebkuchen, Zitrone und auch Apfelstrudel, gibt es tatsächlich auch noch Joghurt Wildberry. Soviel zum Thema Geschmack. Und leider wird Apfelstrudel nur in einem Kilo angeboten. Der Grund, wieso ich überhaupt auf dieses Proteinpulver gestoßen bin, ist, dass ich tatsächlich nach Bio-Proteinpulver gesucht habe. Dann habe ich mir das Produkt ein bisschen näher angesehen, Leute. Ich dachte mir so, okay, es ist Bio, es ist Lebkuchengeschmack, beziehungsweise es hat auch noch Apfelstrudelgeschmack. Und dann bin ich auf die näheren Infos gegangen. Und dann, liebe Leute, dann war ich sehr überrascht. Ich habe nämlich nach einem Manko gesucht. Ich sage es euch ehrlich, Hand aufs Herz, Leute. Ich suche immer nach Mankos. Ich traue meistens Lebensmittelproduzenten nicht so sehr über den Weg. Das heißt, ich gucke mir auch immer die Zutaten an, Leute. Und ich war so positiv überrascht. Ich habe mir tatsächlich angefangen, die Zutaten von Apfelstrudel durchzulesen. Und da war gefühlt nichts drin. Damit ihr auch wisst, was ich mit nichts meine. Zutaten, Molkenproteinkonzentrat, Apfelpulver, Zimt, Sonnenblumenlecetin. Und das war's. Das war's. Die Marke wirbt mit 100% natürlichen Zutaten, artgerechter Tierhandlung, dass das Produkt rückstandsfrei ist und weder Zusatzstoffe noch Süßstoffe oder Zucker enthält. Das heißt, ich war so krass neugierig, Leute. Das Produkt soll einen natürlichen Geschmack haben, was ich mir auch aufgrund der Zutaten sehr gut vorstellen kann. Im Falle von Lebkuchen sind das übrigens die Zutaten. Molkenproteinkonzentrat, Zimt, Muskatnuss, Nelken, Piment, Kardamom, Marzis, Marzis, Markis? Ingwer und Sonnenblumenlecetin. Also quasi auch nur Gewürze. Leute, ich bin so gespannt, wenn dieses Produkt, ja, wenn dieses Produkt einfach bio ist und ohne Süßstoffe, ohne Zucker, ohne Zusätze auskommt. Und wie hammercool wäre das bitte? Boah, ich hoffe so sehr, dass es schmeckt. Vor allem, weil es auch so verrückte Geschmacksrichtungen gibt wie Lebkuchen. Jetzt werden 99% der Menschen nicht wissen, dass ich irgendwie seit zwei Monaten oder so auf einem richtigen Lebkuchentrip bin. Ich habe die ganze Zeit Heißhunger auf Lebkuchen, Leute. Deswegen werden wir jetzt das Proteinpulver anrühren. Ich bin so krass gespannt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Meine Wartungen sind zugegebenermaßen schon sehr hoch und ich hoffe einfach nicht enttäuscht zu werden. Wir machen das jetzt zusammen auf. Oh, das riecht sehr angenehm. Ich habe es noch nicht richtig offen, aber es riecht jetzt schon. Es ist einfach noch halbwegs verschlossen. Ich rieche es jetzt schon, Leute. Oh, es riecht richtig lecker. Ich könnte daran baden. Ich könnte daran wirklich baden. Es riecht wirklich wie frischer Lebkuchen. So sieht das Ganze aus. Okay, ich werde das jetzt kurz zubereiten und dann sehen wir uns hier gleich mit einem Shake wieder. Liebe Leute, ich bin zurück mit einem Lebkuchen-Eiweiß-Shake. Boah, ich bin so gespannt. Ich wäre selten mit einem Produkt so gespannt wie jetzt gerade. Et voilà, ein Lebkuchen-Shake. Oh, es riecht richtig gut. Ach so, man muss dazu übrigens sagen, ich habe es nur mit Wasser angerührt. Ich habe da gar nichts anderes drin oder so. Es ist halt wirklich nur Wasser. Es könnte jetzt voll der Flop sein. Es könnte aber auch richtig gut sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, mit Milch oder Pflanzenmilch wäre es auf jeden Fall ein Erfolg. Also es würde auf jeden Fall geruchlich richtig gut zu irgendeinem milchartigen Produkt passen. Okay, Leute, seid ihr genauso aufgeregt wie ich? Ich bin tatsächlich sehr aufgeregt, weil ich echt hoffe, dass es richtig lecker ist. Ich hoffe einfach, es schmeckt genauso, wie es riecht. Es schmeckt krass natürlich. Es ist unfassbar ungewohnt, keinen übersüßten Eiweiß-Shake zu trinken. Wirklich. Also das ist jetzt tatsächlich so mein erster Eindruck. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass es nicht krass übersüßt in your face ist. Ich muss das nochmal probieren. Okay, Leute, ich sage es euch, wie es ist. Die erste Reaktion war bei mir persönlich, boah, irgendwie, es riecht unfassbar gut. Aber diese Erwartung, dass es auch genauso süß ist, wie es dann riecht, die war halt nicht bestätigt. Ich formuliere das an dieser Stelle ganz bewusst genauso. Es ist halt wirklich, dass man wirklich konditioniert darauf ist, dass ein Eiweiß-Shake krass süß ist. Das heißt, es ist unfassbar überraschend. Obwohl man eigentlich weiß, okay, da ist kein Zucker drin und kein Süßungsmittel. Man ist irgendwie trotzdem super überrascht, dass das gar nicht süß ist. Auch gerade noch mit der Assoziation von Lebkuchen im Kopf, muss ich sagen, ich hatte so minimal eine süße Vorstellung oder so. Lebkuchen ist an dieser Stelle ja eher eine herzhafte Sorte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, jetzt, also jetzt, nachdem ich das jetzt einmal so probiert habe, dass gerade Zitronen- und Apfelstrudel besonders lecker ist. Ich finde Lebkuchen tatsächlich einfach erstmal absolut ungewohnt. Also ungewohnt, weil die Nase einem so gerät, es müsste viel, viel, viel süßer sein. Und im Endeffekt kann man zwar die Gewürze geschmacklich bestätigen, aber es ist halt nicht das Gewohnte. Es ist nicht das, was das Gehirn irgendwie erwarten würde, was man schmeckt. Also ich muss sagen, ich glaube, nach so ein paar Schlücken gewöhnt man sich daran, dass es nicht süß ist. Aber es ist erstmal echt krass ungewohnt. Im ersten Mal einfach so ein bisschen enttäuschend, weil ich so minimal vielleicht die Hoffnung hatte, dass es ein bisschen süßer ist. Aber ich glaube, es ist halt wirklich einfach die Gewohnheit. Ich glaube nochmal, das Geschmackserlebnis ist ein anderes, wenn man Punkt 1 Milch benutzt. Oder wenn man zweitens auch potenziell vielleicht drei Viertel vom Lebkuchen-Eiweißpulver benutzt und dann nochmal tatsächlich ein gesüßtes hinzutut. Wobei ich an dieser Stelle nochmal sagen muss, ich glaube, es ist einfach nur im ersten Mal krass ungewohnt, dass es nicht so süß ist. Jetzt in diesem Moment kann ich euch zum Beispiel sagen, nach so ein paar Schlücken, mein Gehirn muss noch verarbeiten, dass das Eiweißpulver nicht so süß ist. Beziehungsweise halt gar nicht süß. Aber mein Körper sagt, hey, ich habe eigentlich schon Bock auf so einen nächsten Schluck. Also es ist überhaupt nicht schlecht oder so. Es ist einfach nur so unfassbar ungewohnt. Man muss sich da echt rantasten, dass man nicht so eine krasse Zuckerbombe geliefert bekommt, wenn man an Eiweißshakes denkt. Das schockiert mich gerade ein bisschen. Es ist wirklich ein unfassbar natürlicher Geschmack. Deutlich natürlicher, als ich es persönlich erwartet hätte. Und ich muss sagen, ich finde es gut. Also ich finde es tatsächlich gut, mich an so einen krass natürlichen Geschmack ranzutasten. Ich werde diesen Eiweißshake jetzt auf jeden Fall auch einfach so pur trinken. Ich finde, der ist auch okay vom Geschmack. Aber es ist erstmal wirklich ungelogen, Leute. Es ist erstmal halt voll der Schock, dass man nichts Süßes bekommt. Ich weiß, ich wiederhole mich hier gerade an dieser Stelle, aber also der Schock ist da. An dieser Stelle möchte ich nochmal kurz sagen, ich feiere es einfach nur richtig hart, dass da kein Zucker drin ist, keine Süßstoffe, keine Zusätze und dass einfach der Eiweißshake in Bio-Qualität ist. Das sind für mich so krass ausschlaggebende Punkte, Leute. Ich glaube, es ist wirklich eine Gewohnheitssache, gerade wenn man auch Eiweißshakes regelmäßig trinkt, dass man halt einfach ein gewisses süßes Level gewöhnt ist. Ich bin aber gerade an dieser Stelle echt froh, dass ich ein Eiweißpulver gefunden habe, was einfach ungesüßt ist, weil es mich einfach stört, weil ich gerne auf die ganzen Süßungsmittel verzichten möchte und mit diesem Eiweißshake habe ich jetzt einfach die Möglichkeit. Also ich persönlich werde diesen Eiweißshake auf jeden Fall nochmal mit Milch probieren. Ich glaube, mit Milch ist es unfassbar lecker. Und tatsächlich muss ich sagen, dadurch, dass es wirklich ein natürlicher, angenehmer Geschmack ist, ich glaube, das nächste Mal, wenn die Packung jetzt leer ist, hole ich mir tatsächlich Apfelstrudel, weil ich glaube, dieser natürliche Geschmack auch mit Zimt und Apfel und dann mit einem Eiweißshake, das kommt, glaube ich, richtig, richtig gut. Also jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich nicht mehr so abgeschreckt, mir ein Kilo von der Marke zu kaufen, weil mein erster Eindruck auf jeden Fall super ist. Ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass der Eiweißshake irgendwie schwer im Magen liegt und das habe ich halt zwischendurch, gerade wenn die halt so zu geballert sind mit irgendwie Sucralose oder Ac-Sulfam-K oder solchen Sachen oder anderen Süßungsmitteln. Und da muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen, das begeistert mich gerade total. Fazit. Es schmeckt unfassbar ungewohnt. Ich feiere es total, dass man wirklich Bio-Qualität hat, dass man keine Zusätze da drin hat, keine Süßungsmittel, kein Zucker, dass da wirklich wortwörtlich einfach eine Handvoll Zutaten drin sind und man trotzdem einen so authentischen Geschmack wie von Lebkuchen zum Beispiel hinkriegt. Also das feiere ich gerade sehr. Aber falls ihr jetzt so mega, mega Fans seid von super süßen Eiweißshakes, dann sage ich euch ganz ehrlich, dann ist das safe nichts für euch. Wenn ihr da draußen jetzt sagt, boah, ich hätte schon mal irgendwie einen Bio-Eiweißpulver auszuprobieren und mal wirklich irgendwie auf diese ganzen Süßungsmittel und Zucker und so zu verzichten, dann würde ich sagen, probiert es aus. Wenn ihr jetzt aber sagt, boah, so ein Eiweißshake, der muss schon richtig, richtig krass intensiven Geschmack haben und super, super süß sein, lasst es lieber. Dann kommt ihr nicht auf eure Kosten. Ich persönlich lege halt nicht nur Wert auf den Geschmack, mir ist halt der Gesundheitsaspekt unfassbar wichtig. Und ich habe jetzt einfach mit diesem Eiweißpulver, glaube ich, gerade echt ein Produkt gefunden, mit dem ich echt glücklich werden könnte. Das Lebkuchenpulver ist, glaube ich, wirklich mit Milch besser, deswegen werde ich mir auf jeden Fall nochmal irgendwie eine Milch oder Pflanzenmilch oder so kaufen. Aber ich muss halt wirklich sagen, ich glaube, Apfelstrudel ist halt richtig, richtig lecker, auch mit Wasser. Das stelle ich mir zumindest so vor. Ich weiß es natürlich nicht, Leute. Aber jetzt weiß ich zumindest, auf welchem Level wir uns hier befinden, wenn die Marke über natürlichen Geschmack redet. Und ich glaube, dass wirklich gerade dieser frische Kick vom Apfel und dann noch mit Zimt zusammen, ich glaube, das kommt halt einfach echt richtig gut. Kennt irgendjemand von euch da draußen die Marke? Also mir persönlich, mir war die Marke total neu. Ich kannte sie noch gar nicht und ich werde auf jeden Fall mir, glaube ich, irgendwann mal Apfelstrudel kaufen oder Zitrone. Zitrone hat sich halt auch sehr gut angehört, Leute. Mögt ihr eure Eiweißchecks eher süß und inwiefern legt ihr Wert auf die Inhaltsstoffe? Sind euch persönlich Zucker und Süßungsmittel nicht so wichtig, solange der Geschmack stimmt? Falls ihr euch für bio, zuckerfreies Eiweißpulver interessiert, ist es unten auf jeden Fall verlinkt. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein super, super schönes... Ich weiß noch nicht, wann ich es hochlade. Hm, wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche? Ich wünsche euch auf jeden Fall einen super, super schönen Tag und eine super, super schöne Woche, wie viele Tage der Woche jetzt auch immer noch übrig bleiben. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.